Die Hochzeit war wundervoll. Das hat alles super gepasst mit eurem Gesang, mit eurer Moderation. Aufs Timing hat alles gepasst und ihr seid auch auf uns eingegangen. Mein Wunsch war immer die Spiele im Hintergrund zu halten und wenn die Gäste Party machen wollen, dass ihr sie auch Party machen lässt und nicht euer Ding durchzieht, sondern euch auf uns eingelassen habt. Es war wunderschön. Auch Victoria hat super gesungen. Eure Betreuerin, Lena, die hat auch ihren super Kalinka-Tanz hingelegt. Es hat einfach wunderbar gepasst und die Gäste waren mega happy und haben richtig mitgefeiert. Es war einfach eine wunderschöne Hochzeit und wir sind froh, dass sie jetzt vorbei ist, weil wir einfach nur noch müde sind und tot ins Bett fallen wollen. Aber es hat sich gelohnt. Super, vielen Dank. Die Feier war voller Erfolg. Mit der Band und der Moderation hat alles funktioniert. Trotz Verletzung, super Ablauf. Weitere zu empfehlen. Ja. Das war's. Wir sehen uns um zehnmal in der nächsten Mal. Töne. Mit der Hand. Na und. Töne. 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 Vielen Dank.